So, dann halte ich dich immer ein bisschen fest. Du nimmst es mal in beide Hände, bitte. Dann mache ich hier einmal auf für dich. Ja, drück mal auf, richtig, dass uns das hier nicht wieder so gegenknallt. Jawoll, du Freak. Dann mach mal hier einen halben Fuß übertreten, dass, wenn du dich raus wolltest, hast du gleich Kontakt nach der Mauer hin. Und dann ziehe ich hier noch ein bisschen nach. Ja, kannst du reinspringen, wenn du möchtest. Jawoll. Ja, kannst los, wenn du willst. Naja, ich muss dich natürlich auch lassen. Ich halte immer noch ein bisschen gegen. Kannst du auch mal sagen, ob ich zu stark bremse oder was? Also ich lass dich ja nicht los über die Zeit. Kann ich dich schon fangen hier? Okay, ich lass mal los. Das machst du alles alleine gerade. Ja, das ist der Achter, der schleift so. Und der HMS hier oben. Ja. Ach du Gott, wie fühl mich denn hier? So, jetzt sehe ich dich. Ja, oh. Nee, ein bisschen musst du noch einen Meter. Genau, hier ist gut. So, warte, ich halte hier fest. Ja, kannst du loslegen, wenn du willst. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Superman! 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 ich kann deine glatze sehen willst du weiter dann kannst du jetzt muss schon nachdrücken ab jetzt auf alle vier seiten vom brot butter ab jetzt auf alle vier seiten von der schnitte butter drauf schmieren versuch mal renne warte versuch mal so ac dc mäßig dass du nur so ziehst und auf einem bein springt bloß das geht schneller also dass du halt das vordere nur so mit stellst und das hintere zum abdrücken nimmst andersrum rechts rechts drückt links führt merkst du kriegst du mehr tempo drauf bist du unten jetzt angekommen kann ich das video jetzt ausmachen gut